Servus meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zurück zur FIFA 17 Werder Bremen Karriere mit mir, eurem Frexta Ja, wir stehen vor dem Spiel gegen Leverkusen noch mal auf die Tabelle zu gehen werdet ihr sehen Dass wir doch die chance haben auf jeden fall weit oben mitzuspielen ganz unten kämpfen immer noch Ingolstadt Mainz und Leipzig miteinander Köln und Schalke und Gladbach auch überraschend schlecht schalke natürlich auch in echt aber können Borussia nicht Schalke hat dann seine ersten drei punkte letztes wochenende geholt Ja in real haben wir jetzt englische woche das heißt dieses wochenende gibt es kein fußball das spiel gegen darmstadt haben wir schon gespielt Und das spiel gegen Leverkusen wird dann nächstes wochenende bestritten von bremen aber wir können es natürlich jetzt schon spielen dann wollen wir mal schauen Vertragsangebot abgelehnt ja weil ich ihm aus versehen keine rolle gegeben habe Ich kann es vergessen dann einzutragen Droppen jetzt angenommen Wo ist denn wie verachter als wie weit er war erst nämlich ach so ne ich hab Er ist für mich nichts anderes als ein rotation spieler und wenn dann das wenn er nicht will dann Da soll er kacken gehen Vertragsverlängerung für droppen die klar sperre ist abgelaufen von moysander Und grille ich werde nicht auf ihre vertragsverlängerung vertragsangebot eingehen ich weiß es zu schätzen aber ich brauche eine veränderung in meiner karriere und werde daher auch ablauf dieses vertragsverein verlassen Ja das ist das ist scheiße dann werde ich ihn auf jeden fall für den winter verkaufen außer er hat es jetzt außer der status hat sich jetzt so verändert er weckt aufzuhören vertrag abgelehnt Auf transfer ist es jetzt so dann wird grillig auch auf jeden fall weggegeben vielleicht immer noch ein paar millionen für Aber wollen wir erst mal schauen hier jetzt wieder training Nationaltrainer ist mir scheißegal spieler ist ausgerät Serge Gnabry ist wieder ausgerät Das ist das beste was es gibt Wer ist denn jetzt also ausländ ausländs reise ist ja angebrochen Da mal gucken Serge Gnabry machen wir mal wieder rechts rein das freut mich richtig auch wenn er angeschlagen ist er wird spielen machen wir jetzt mal jeder aufstellung eben In der brille rein und ja ane Gnabry kommt in dieser aufstellung nicht rein das ist ja die zweite mannschaft Aber in diese mannschaft Kommt er rein Verheirowitsch und wie gesagt eilers also eilers bin ich auch von bei viel bei fifa natürlich bin ich nicht von überzeugt Deswegen kommt er raus Und auch in dieser aufstellung würde ich ja gerne ich brauche schnell und langsam stürmer so einen klassischen und nicht klassischen auf jeden fall werde ich dann jetzt noch mal eben schnell eine neue ausstellung vor euch machen und Mit der werden wir dann gegen die wacomusen versuchen anzutreten Ich denke es wird wieder nach hinten losgehen aber naja wollen wir mal schauen bis gleich So dann sind wir hier wieder bei den verträgen Wollen wir mal schauen hier also sternberg Ja also ich habe jetzt noch 9000 9000 Gehaltsbudget das Ja möchte ich jetzt nicht unbedingt noch mal ausgeben hier die beiden die drei spieler werden sowieso in der winterpause verkauft ich denke ich werde auch Wiedwald verkaufen und mit anderen teute suchen Aber mal gucken vielleicht Aber mal gucken vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin das verbieten wir jetzt als Stammspieler dann doch noch hinkriegen ich habe auf jeden fall eine neue aufstellung gemacht in 433 habe ich da an bayern orientiert Ja verteidigung ist so geblieben wie es war Torwart auch Mittelfeld auch Vorne rechts knabry links bartels und vorne in der mitte also ich setze irgendwie trotzdem voll auf kose also ich bin ich weiß nicht Wieso ich setze aber voll auf den typen Obwohl er eigentlich in diesem verein auch nichts gemacht hat also wirklich stumpf er hat noch nichts gemacht er spielt jedes spiel aber er hat nichts gemacht Jetzt hatte ich auch ganz vergessen ich muss von meinem büro und in den jugendstab weil Netzwerke werden immer noch eingerichtet Ja gut okay dann muss ich wohl doch nichts machen Was wollte ich jetzt noch mal machen ach ja genau Simulation habe ich schon vor drei tagen stoppen wollen aber ist egal so dann wollen wir noch mal hier andere spieler einfügen nämlich Eggestein ist angeblich ein potenzieller spieler möchte ich verkaufen zu schlecht genau wie kann wieder und training teilnehmen die werde ich dann wieder fördern weil er hat schon wieder zwei oder Ein punkt dazu bekommen Ausdauer ist sehr wichtig bei ihm Und auch Die übersicht und die langen pässe ist wichtig So mittelfeld spieler amiri denke ich werde ich dann auch irgendwann wieder verkaufen aber erst mal ein bisschen lernenden jungen hier damit etwas besser wird machen wir das hier Dann haben wir noch green green wollte ich erstmal außer vor lassen habe ich ja gesagt grittisch kommt die weg brauchen wir nicht mehr trainieren Willikowitsch dann genauso Puzzluck Weiß ich ehrlich gesagt nicht ob ich das lohnt Ja ich werde Puzzluck dann denke ich mir auch noch mal trainieren Wir sollen wenn er auf 70 hoch gehen dann muss ich ihn nicht verkaufen Und Benreuther absolut krasser Torhüter nur zu empfehlen der typ also der macht den sprung das ist unglaublich jetzt schon auf 75 punkten Also in zwei drei songs dann auf 80 Also besser geht es zu bringen gar nicht und Puzzluck ist auf 69 genau wie es fast vor 75 amiri vor 76 und Wellenreuther Ja gut ist bei 74 angefangen auch schon fast bei der hälfte wenn das spiel gegen leberkusen steht an Monatiges scouting update ist dabei Ach das ist jetzt geändert worden ok Gut Gesamt 30 bis 40 potenzial 69 Spiele ablehnen so dass genauso ablehnen ist auch nicht so toll kann auch ablehnen können wir auch ablehnen können wir auch Alles klar Gut Achso das andere ist dann wahrscheinlich noch mal das sind unterschiedliche da ne ja ja Alles klar ihn hier können wir dann auch ablehnen Hier können wir erst recht ab du scheiße ist ja schlecht ihn hier Können wir weiter scouten und ihn dann auch ablehnen viel zu schlechtes potenzial Der zweite bericht spieler werden weiter beobachtet ich hoffe damit man sich weggeschnappt vom spiel von Ah Mann bevor ich ihn gescoutet habe und das spiel gegen Leverkusen beginnt dann Jetzt Ich bin absolut gespannt das spiel ist bisher real time noch nicht passiert Ich nehme nämlich ziemlich viele folgen im voraus auf Werder bremen gegen Leverkusen bremen spielt heim Und im darmstadt spiel hat der kommentare schon gesagt dass Es für bremen sehr schwer wird Oh mein gott der war gut abgefälscht jetzt kommt der konter Brandt ist natürlich super schnell super spieler Vielleicht jetzt mal bayern 04 Julian Brandt würde ich mir auch gerne mal verpflichten und der war klasse abgefälscht aber Der geht dann an den Pfosten alle drei spieler bleiben einfach liegen der torhüter wie beide verteidiger die hatten keinen bock mehr nach dem schuss also drum sie wusste gar nicht wo der ball ist also Schade für bremen Das wäre fast das eigentor gewesen es lässt sich leicht klären also Oder so leichter weiß ich nicht fritz geht noch die gelben nachträglichen Und der kriegt halt nicht freigespielt fritz will für sich selber vorlegen und oder geht davon rein auch du heilige scheiße Ja das ist die gelb und ja ist die rot hinterher Schiri lässt es nicht mehr mit durchgehen kapitän runter gerote karte schade das auch ich dachte er grätsch da irgendwie so drum oder so aber er grätsch halt genau hinten in die beine rein Aber kruise tor kruise hat es endlich mal geschafft kruise mit dem tor Die nummer 10 macht es ja ja zeig auf seine rücknummer und freu dich Dafür ist er dann doch gut kann anscheinend auch tore machen aber wieder vorgelegt durch Gnabry also der typ den habe ich vermisst Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier Fritz ist halt wirklich raus das hat echt scheiße jetzt kapitän raus für nächstes spiel gesperrt das ist überhaupt nicht gut Backfriede wird ihn glaube ich dann auf jeden fall nächstes spiel ersetzen Sie suchen das loch in der abwehr Was macht er denn da? Gott sei Dank hat er jetzt abgefiffen ey Eieiei dann wollen wir mal schauen wie das mit der ausdauer hier aussieht super bartels werde ich dann auch mal rausnehmen Und werde ihn gegen amiri tauschen Bartels macht heute nicht so krasses spiel und Ja der wird es einfach drauf gehämmert von charlanoglu Nein da fuck Und die zweite rote karte Scheiße man Dann müssen wir das einfach mal umstellen Das hat so einfach keinen Sinn Das ist halt Dann machen wir das einfach mal so Scheiße man ich bin auch eine missgeburt Ach das kann ja wohl nicht wahr sein ich bin so ein trottel ey ich grätsch da auch mit einem typen der eine gelbe karte hat rein das ist ja so low Zwei Schüsse spieler in dieses spiel auf jeden fall raus Jan ist wenigstens guter ersatz Und ich würde einfach mal sagen Dass jetzt auch die zeit kommt um den letzten einzu wechseln Obwohl ne Jetzt spielen wir noch mit neun spielern gegen Leverkusen Es steht eins zu eins Also ich kann mir nicht vorstellen dass wir das offensiv ausgerichtet spielen können Und ich hoffe wir kriegen jetzt kein dummes gegentor Er zieht ab Und den hält Drobny Drobny ist 1a Typ 1a er wird bald die Nummer 1 auf dem Rücken haben Lauf doch Amiri Was machst du denn Gnabry Nein das kann nicht sein Das kann nicht sein das ist vielleicht unsere letzte Chance Mit neun spielern Gnabry macht ihn leider nicht rein So und jetzt bringen wir mal hier Neun stürmer Der ist völlig Der ist gar Obwohl ne ich machs sogar noch anders Ich spiel es mit dem falschen stürmer Ayrovic kommt rein Gnabry kommt vorne rein Obwohl ich kann lieber ne Gnabry kommt vorne rein Aranguiz Eine Aufwechselung bei den Gastgebern steht an Ich spiel es auf Konter Anders können wir es nicht machen Sie spielen hier hin aber jetzt haben sie den Ball verloren Ja das war auch wieder klasse Chicharito Ja der Ball geht einfach nicht raus Er geht einfach nicht raus der Ball Ah danke Aranguiz Nein Sehr stark Stark geklärt Und Chicharito Da kommt der Schuss Boah Gott sei Dank 1 zu 1 gerettet Wir haben noch einen Punkt rein bekommen mit 90 Spielern auf dem Platz War das am Ende noch knapp War das am Ende noch knapp Ballbesitz wurde nochmal um 3% erhöht Schüsse aufs Tor Gleich Und ja Hätte Magnabry am Ende des Spiels noch das Ding reingemacht Das wäre natürlich optimal gewesen Aber Man kann nicht alles haben Und vor allem nicht als Werder Bremen Wir sind 7. Platz Kann man sich irgendwie zufrieden geben Nach 7 Spieltagen 12 Punkte geholt Ist okay Also dafür dass man jetzt sieht dass Bayern auch nur 12 hat Und Dortmund 13 Ist das okay Außerdem Red Bull Leipzig letzter Platz Und die werde ich nächstes Spiel so richtig Richtig Da gibt es Das verliere ich nicht Das kann ich nicht verlieren Das sind Das ist Da steckt viel mehr Ehrgeiz hinter Und Gnabry Alter Schwede 75 Punkte Super Übersicht Lange Bälle Ballkontrolle Ausdauer Dribbling Dribbling hat halt 1.80 Ist halt schon übertrieben ne Spieler gesperrt Ein Spiel Ein Spiel Jeweils ein Spiel Beide Ja und dann sehen wir uns auf jeden Fall Beim Spiel gegen Brauseball Leipzig Leipzig Wieder Bis dahin Gönnt euch ein Abo wenn es euch gefallen hat Wär super Einen schönen Tag Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's